Ich wünschte meine Schüler könnten das sehen. Deine Schüler? Warum willst du denen irgendwie für Sieg bleiben? Das Opfer! Hilfe! Hilf mir jemand! Hilfe! Oh nein! Hilf mir doch jemand! Ich hab ihn wieder auf. Ich habe ihn mit dem Schraub. Ich habe ihn verletzt. Ich habe ihn mit ihm gehalten. 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 Das ist erinnert. Onkel Laroche, bist du das? Laroche? Nein, 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 nein! Was ist denn los hier? Lass mich runter, lass mich runter! Beruhig dich oder ich lass dich hier. Wir müssen Onkel Laroche finden. Warum? Er ist wie du. Er hat keine Angst vor der Miliz. Okay. 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 Let's rock. Okay. 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 Mann, was hast du nur mit diesen Dingern? Bleiben Sie in der Nähe des Opfers, ja toll! Mann, was hast du nur mit diesen Dingern? Das sind kleine Kühlerbälicke! So liebes Opfer, Topf und Lamm immer schön weitergehen! Super! Das ... äh, das ... äh, ich würde an deiner Stelle jetzt mal warten. ja ja schon mal ganz gut nicht mal vorgehen zu lassen jemanden aber sogar du hast mich geheilt weil sie auch sie sind freunde rebellen sie arbeiten mit meinem onkel gegen die miliz ich gebe ihnen deckung ich schulde ihnen was man auch ja 20 50 mal weg hier ich habe ich keine menschen Oh, äh, was? Dr. La Roche, bist du hier? Sarah! Sarah! Es war so furchtbar. Sie wollten mich an das Ding verfüttern. Ich verstehe, warum die Miliz diese Opfer bringt, aber nicht meine Familie. Was? Du wusstest davon? Das wirst du irgendwann verstehen. Niemals! Pass mal! Sarah! Gott, sehe ich gleich aus. Wer ist das? Mein Retter. Da waren hunderte von Monstern, die er bekämpft hat. Er kann Dinge, das glaubst du nicht. Der Dämon von Empire City. Hey, langsam. Wir wollen doch beide dasselbe. In etwa. Sie wollen die Miliz los sein? Ich will nicht mehr beschossen werden. Wir sollten zusammenarbeiten. Was ist das denn? Es ist hier! Hör zu. Du musst dich nicht beweisen. Das Ding, das Ding ist zu groß. Selbst für dich. Ja, ja, ja. Was fieh ich? Lauf! Los geht's! Das ist ja ein ekelhaftes Vieh. Das ist ein ekelhaftes Vieh. Das ist ja ein ekelhaftes Vieh. Immer schön drückt. Ach, guck mal. Wer ist der doch gar nicht? Ich glaube, wer ist denn tot der Team? Oh, oh. Ähm. Oh nein. Iiiiiii. Lass ihn los! Oh, was? Bäh. Jetzt haben wir nicht das Vieh. Kann mich auch noch fressen. Oh, Gott. Ah, ja. Schon wieder solche Rotzklumpen. Oh, jetzt geh ich schon kaputt, Mann. Nein! So ein ekelhaftes Shitvieh. Oh nein, 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 nein. Bäh. Boah, komm, nur noch ein so ein Treffer, Mensch. Das gibt's doch nicht. Nein. Nein, 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 nein. Nein! Das hat vier mich echt gefressen. Scheiße. Ey, das war doch nur noch so ein kleiner Fitzel an Energie, wie hatte. Mann! Das ist doch ekelhaft. Der Verschlinger. Das ist doch ekelhaft. Der Verschlinger. Boah, diese Kotzklumpen, ne? Ich sag dir, wenn ich dieses Vieh... Das bringt ja gar nichts. Ganz oft sehen werde ich ja, ne? Ich werde jetzt schon sagen, diese Kotzklumpen, die werden mich richtig aufregen. Aber so richtig. Kann ja wohl nicht sein. Nein, 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 nein. Bäh, lass mich los! Bäh! Ist das ekelhaft. Oh, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Viel ist doch schon wieder gleich. Ich glaube, ich glaube, ich auch. Nein! Nein! Mann, ey! Ich mag das jetzt schon nicht. Ja, genau. Letzt die anderen, lassen sie in Ruhe. Sie haben eine Trophäe verdient. Fuuuang! Nein! Iiii, ist das ekelhaft, ey! Die sind zuge... Bäh! 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 Klumpen, mein Anflug! Bäh! Eigentlich ist das fast die einzige Attacke, die dieses Vieh hat, oder? Kotzklumpen am Schweißen. Ja, und natürlich seine Zunge benutzen. Da kommen sie wieder! Jawoll! Klumpi! Klumpi! Mach das Maul auf! Schön A sagen! Schau! Woll! Jawoll! Das ist echt krass, da stall ich nur... Nein! Lass mich los! Schon wieder so ein kleiner Witzel... Nein! Jawoll! Money! Und äh, danke, dass du meine Nichte gerettet hast. Schon gut. Natürlich, immer wieder gerne. Das Opfer. Mission abgeschlossen. Durch ihre Taten sind sie etwas... Nein! Heldenhafter geworden. Heilimpuls zweimal. Man kann es auch übertreiben, weißt du? So ein Quatsch. Hey Mann, ich habe Neuigkeiten, halte ich fest. Kuo ist in der Gegend. Ihr müsst euch unbedingt treffen. Sie hat was für dich. Was war das denn? Wie ich da... die Kuo ist in der Nähe. Ich dachte, die ist in Weckchen. Die Kuo ist in der Nähe. War doch nie weg. Oder wie du? Naja, mal gucken. Ja, das mit den Autos abzapfen, da hat sich auch irgendwie nie bewährt. So ein bisschen, dass das halt immer nur ganz wenig. Also so richtig begeistert davon bin ich eigentlich nicht immer was, was Autos anzapfen angeht. Hä? Im Namen der Wissenschaft! Missionsstart! Wir erforschen die Sumpfmonster. Aber wir brauchen neue Gewebeproben für unsere Tests. Ich habe ein paar auf dem Friedhof gesehen. Können Sie uns helfen? Ach nee, der Friedhof. Aber das war schon wieder die Stimme von... Die Stimme von Kessler. Ich mag die Stimme, ja. Aber, äh... Diese Stimme jetzt für fast alles zu verwenden, ist dann auch wiederum der falsche Weg. Also ich weiß nicht. Da hätte man ein paar Leute mehr engagieren sollen. Oh! Oh! Explosion! Yeah! Geil! Wieder abgefüllt! Wieder abgefüllt! Oh Quatsch! Ne, da sind nicht die Monster. Sind sie denn? Ist das? Ja, tatsächlich. Wie eine Zwinger! Au! Sind aber Hammerviecher, denn... Das Schlimme ist, sie können nur noch so gut springen wie ich. dornen heißen die frau was seid ihr verdorben aber hier habe ich genug platz jahr zu tun htp nur die ohr da koppel noch fünf haben wir schon der heißt sechs vier an sieben zwei stück pärchen mänchen mein kind ist egal im namen der wissenschaft mission abgeschlossen sechs leben bis zum nächsten upgrade ihr kamer ist unverändert die typ schreit ich fand geil so wo geht es jetzt hin jedoch überfall nein überfall verhindert verdammt ich wollte das opfer eigentlich ein bisschen mal tritt hier aber nein ihr habt es auch nicht alle leute das war aber erst mal nachdenken was zu sagen sollte so ich bin der könig der welt da muss ich immer direkt an dings denken wie heißt der film titanic feuertrupp nee lass mal König der Welt guto mann hier nicht mehr oder sie selbst und dort ist so gut da kommen die ganzen Hühnchen oh nein nee nicht die mit den grünen Köppen shit ich könnte doch meinetwegen selber damit weg springen ja genau so zum Beispiel ja ja dieser komische Friedhof hier schlimm so weg mit euch ha hm 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 h wonk du bist moribu und so wie wir uns fast dem Ende ich glaube nach einem oder zwei Neemissionen habe ich dann auch hier im Cut gemacht war die Frau und Kollege mein Gott was los hier wo ich jetzt allerdings hier Prozent etwas länger stehen bleiben weil sie nicht so gar nicht ist mir ein Rätsel vielleicht hat er getrunken kann natürlich auch so aber jetzt gibt es